Moin, denkt euch mal wieder, der Spaß ist mal wieder da. Ja, bin ich. Wenn ich wieder so ein Video mache, was gefühlt irgendwie jetzt immer kommt. Ja, das heißt jetzt, wenn irgendwas jetzt immer passieren wird, weil ich würde wieder aktiv werden. 280 Tage war ich auf, ne? Oh, jetzt kann ich mit dem Bein. Ich weiß, dass das nicht jeder so weit kriegt, denn ich will wahrscheinlich nur einen Monat oder so länger nachdenken. Aber gut, ich will nicht so stehen lassen. Also ich hatte diesen Kanal eigentlich geschliefen. Ich dachte mir noch einmal, anstatt ihn zu gar nichts mehr auf den Kanal zu bringen. Einfach mal ab und zu was auf den Kanal bringen, einfach nicht mehr regelmäßig. Das ist entscheidend. Das ist aber nicht so schlecht. Okay. Okay. Oh Ich weiß nicht, dass er nicht so ist, dass er nicht so ist. Okay. Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das macht's gut. Das ist irgendwann mal wiederholt.